Und das ist die Geschichte von einem alten Sadler und aus der Frau Spotschenke. Ich kenne einen Typ, einen Sadler, und der hat auch so zu hitzen, mit seiner Gewand in alle Tschuken beißen am Tafras, und zieht um ein Hand und ruft so hoch, und ruft so hoch, dass alles stammt. Ich kenne immer so einen Frühstückbeißel, wo ich wohnt, und ich war ein Gesundesand, und er, mit dem vollen Gesicht auf seinem Essen, kommt. Und wir haben, sie ist nicht verraten, Coita santa, coita santa, coita santa. Foita santa, coita santa. Und dann taust ich für mich an die Schuhe und er sagt, er drückt's wohl für die Marie und fuhr das Glas noch an und grinst mir an, und grinst mir an, war meiner Sonne. Covetazen, Covetazen, Covetazen. Covetazen, Covetazen, Covetazen. 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 Wer sagt, wir tanzen nach dem Pfeifen von die anderen Lachen, schon vor tausend Jahren. Warum sollte mit dem Angang zum Schaden helfen, wenn ich durch die Wohne, und einer kommt, und einer kommt. Und soll zu mir. Coet das andere. Coet das andere. Coet das andere. Was für wir. Musik 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 , schuchzen Musik 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 Music Musik 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.